Der Lindenhof ist ein familiengeführter Betrieb. Wir legen sehr viel Wert auf Lifestyle, das liegt auch schon in unserem Namen. Wir sind ein sehr moderner Betrieb, legen viel Wert auf Design und einfach die grottliebigen Strukturen. Die Mitarbeiter, die lieben die Atmosphäre, der Austausch mit den Gästen, das familiäre Klima, weil man wirklich jemanden zu uns sprechen hat und man nicht alleine dasteht. Das schätzen die Mitarbeiter von uns. Im Haus haben wir erst kürzlich investiert. Wir haben hauptsächlich das Thema Wellness aufgegriffen, um unseren Gästen die Möglichkeit zu bieten, dass ein Paar sich gleichwohl fühlt wie eine Familie, die zur gleichen Zeit da ist und jeder hat nachher seine getrennten Räume. Jeder hat die Chance bei uns zu arbeiten. Auch der, der vielleicht nicht die Erfahrung mit sich bringt, hat bei uns die Chance wirklich neu inzusteigen, eingelernen zu werden und wirklich groß aus sich auch machen. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass der persönliche Kontakt zum Gast auch da ist, nicht nur von uns als Familie, sondern auch von den Mitarbeitern zu den Gästen. Und da ist es uns einfach wichtig, dass wir gut aufgestellt sind und wir viele Leute im Betrieb auch haben, die auch mitarbeiten und mithelfen.